Mit vereinten Kräften schafft das Team, Curly Fries, bei Let's Dance, Spitzenleistungen, aber nicht nur das. Vier Millionen Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen beschäftigt derzeit an jedem Freitagabend vor allem eine Frage. Glänzen Model Anna Ermakova, 23, und Profitänzer Valentin Lusin, 36, bei Let's Dance, wieder mit 30 Punkten, oder verpassen Sie die Höchstpunktzahl knapp? Doch nicht nur auf dem RTL-Parkett pushen sich die beiden Woche für Woche nach oben, auch in einem anderen Bereich läuft es für das Tanzpaar derzeit extrem gut. Let's Dance, Anna Ermakova und Valentin Lusin sind Publikumslieblinge. Mit ihrem Magic-Moment in der 9. Entscheidungsshow abermals, dass es in einer ganz anderen Liga tanzt. Wieder gab es 30 Punkte für eine Darbietung des Paares, und Chef-Juror Joachim Jambi, 58, war sprachlos. Im Fall Ermakovas und Lusins überträgt sich die Gunst der Jury jede Woche auch direkt auf das Publikum. Im Saal und auf den sozialen Netzwerken wird das Tanzpaar gefeiert. Dass es die beiden bis ins Finale schaffen, bezweifelt ohnehin niemand mehr. Vielmehr ist der Sieg in der 16. Staffel, Let's Dance, fast nur noch eine Formsache. Let's Dance, Ermakova bald, Influencerin. Die übermäßige Beliebtheit des Tanzpaares zeigt sich jetzt auch auf Instagram. Vor, Let's Dance, dümpelten die beiden bei jeweils ein paar 10.000 Followern herum. Neun Wochen später haben sowohl Ermakova als auch Lusin kurz hintereinander die 100.000-Follower-Marke überschritten, was ihnen jetzt auch die Möglichkeit eröffnet, in größerem Stil als Influencer durchzustarten. Renata Lusin, 35, ist da schon ein paar Schritte weiter. Der sympathischen Tänzerin folgen auf dem sozialen Netzwerk bereits 182.000 Menschen. Besonders schön ist zu sehen, wie die Lusins Ermakova, die während ihrer, Let's Dance, zeitfern ihre Heimat London in Köln lebt, in ihr Familienleben integriert haben. Erst kürzlich besuchten sie in Düsseldorf gemeinsam ein Musical. Den Sieg würde Renata ihrem Mann und Ermakova auf jeden Fall gönnen. Ich habe zu ihm gesagt, dass er dieses Jahr nutzen soll, um zu gewinnen. Jetzt, wo ich nicht als Konkurrenz dabei bin, erklärte sie der rheinischen Post jüngst augenzwinkernd.